Direkt aus dem Depanews-Kanal Ludwigsburg-Depilsf-Monster-Kürbisse auf der Waage der schwerste Kürbis Europas wird an diesem Sonntag 13,00 Uhr in Ludwigsburg bei Stuttgart gekürt. Die Veranstalter erwarten dazu auch den Star der Züchter-Szene, Matthias Wille Mainz. Der Belgier hatte im vergangenen Jahr in Ludwigsburg mit einem fast 1,2 Tonnen schweren Kürbis den Weltrekord geholt. Dass am Sonntag bei der Europameisterschaft im blühenden Barock die Bestmarke geknackt wird, ist aber eher nicht zu erwarten. Eine Sprecherin sagte, dass Wille Mainz bereits angekündigt habe, für seine Verhältnisse lediglich mit einem Leichtgewicht anzureisen. Teilnehmer aus zehn Ländern haben sich bisher angemeldet. Die Sieger der Deutschen Meisterschaft, die eine Woche zuvor ebenfalls in Ludwigsburg stattfand, haben sich automatisch qualifiziert. Sollte der Weltrekord geknackt werden, bekommt der Züchter 10.000 Euro. Neuer deutscher Meister im Kürbiswiegen wurde das Team Heavy West aus Schönebach in Bayern mit einem 792,5 Kilogramm schweren Gemüse. Für die Zuschauer ist das öffentliche Wiegen der voluminösen Kürbisse ein großes Spektakel. Bei Züchtern zählen allerdings auch die inneren Werte des schweren Supergemüses die Kerne. Denn für einen einzelnen Samen der auf der Welt verteilten Gewicht Champignons zahlen Züchter viel Geld. Der Rekordpreis für den Kern aus dem Inneren eines Weltrekordhalters liegt bei 1500 Euro. Er soll die Basis für die nächste Generation noch besserer Superkürbisse liefern.